Ich begrüße Sie zur Videoreihe Gründer ABC. Mein Name ist Reza Asghari, ich leite das Entrepreneurship Center der Ostfalia Hochschule und bin Inhaber der gemeinsamen Professur der TU Braunschweig und Ostfalia Hochschule für den Bereich Entrepreneurship. Unsere Aufgabe ist, die innovativen Gründungen aus beiden Hochschulen zu fördern und zu unterstützen. Darüber hinaus wissen wir, dass die Gründung nicht nur eine Sache des betriebswirtschaftlichen Wissens ist, sondern eine Sache der Leidenschaft und der Kreativität ist. Deshalb sollen die Zuschauer dieser Videoreihe einmal Mut bekommen und die Motivation bekommen, sich für diesen Lebensweg zu entscheiden und auf der anderen Seite das notwendige Know-how vermittelt bekommen, das man braucht, um eine erfolgreiche Gründung durchzuführen. Schauen Sie sich die Filme an, lassen Sie sich inspirieren und ich hoffe, dass wir aus beiden Hochschulen viel mehr Entrepreneure gewinnen können. Also es geht darum, dass Entrepreneurship eine Lebenseinstellung ist. Es geht darum, dass die Menschen Verantwortung für sich und andere übernehmen und eigenverantwortlich handeln, um die Welteindruck zu verbessern. Ich würde sagen, in jedem Menschen steckt ein Stück Entrepreneurship. Es geht darum, dieses Potenzial zu aktivieren.